Hey Freunde, willkommen zurück zu Slime Ranger. Wir gehen wieder auf Verkundungstour. Guckt mal, wie er schon Sabbat oder so hat. Oh mein Gott, ich bin kein guter Slime Daddy. Ich muss für die Jungs ein bisschen was zu essen suchen. Wir gehen los und holen Geld und Hühner und die brauchen wir auch. Die brauchen wir auch direkt. Mehr mit euch, Jungs. Du geh mal mit, bitte. Dich brauchen wir und die Steindinger brauchen wir. Dann bekommen wir da Sachen für. Aber wir brauchen unbedingt Kohle. Aber erstmal Progo-Früchte einsammeln. Die pflanze ich nämlich jetzt auch an, würde ich mal sagen, damit wir auf jeden Fall ein bisschen schneller was bekommen. Wir sind keine Steintierchen. Progo-Früchte, die noch nicht fertig sind. Ein Katzmann. Na komm, Katzmann. Gut. Oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ähm, hier rum. Hier. Wir sind böse. Böse, böse, böse. Wir sind nur vermischte die ganze Zeit. Was ist denn los? Der fliegt da auf dem Ding rum. Was ist hier los, ey? Ich brauche hier so Steinies. Ich brauche jetzt ganz viele. Ja, ich höre sie auch. Wie böse. Aber ich will hier so Stein-Slimes jetzt. Ja, ich brauche hier nicht. Hier. Da ist einer. Noch einer. Ah. Wobei er den nicht gekriegt. So. Ne, hör auf die zu essen. Ich brauche. Ne, hör mal auf damit. Was ist denn für einer? Der hat eine Münze auf dem Kopf. Der hatte eine Münze auf dem Kopf. Hat er das gesehen? Der hatte direkt mal eingesackt. Ach, Jungs. Ich kann nicht... Aua. Was ist die in Ruhe? Ja, wie viele hier sind? Ich fass es nicht. Ja, willst du hier so ein paar Stein-Slimes haben? Und schon gehen die hier alle auf den Sack. Ja, du willst was essen. So siehst du auch aus, ey. Ihr seid nur kacke drauf. Krieg ich auch nix mehr. Und sonst war ich auch nix mehr. Wir wissen wohl, wenn ihr auf die schwarzen trifft, ey. Alter. Eigentlich kann ich doch hier die... die blauen hier einsammeln. Phosphor-Ports. Oh, Tank-Boost. Ist nicht gut. Ha, gegeneinander geschossen. Aua. 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 Die wollen mir wehtun. Freunde, die wollen uns wehtun. Finde ich gar nicht gut. Aber mit den Stein-Slimes ist es doof, ey. Hier sind echt nicht viele davon. Und wenn... Dann... ...fressen die immer die falschen Dinger. Ja, dünn hier mal ein bisschen aus. Wenn ich nix weg brauche, ist hier oben. Achso, jetzt bin ich wieder hier oben. Hier... ...gehts nach Hause ab. Kann jetzt nicht sagen, dass wir so super erfolgreich waren. Da sind ein paar Früchte runtergefallen. Habe jetzt nicht die Superkohle gemacht, ey. Achja, wie siehts hier aus? So, die wollte ich ja hier reinschießen. Da brauche ich denn 8. Ach, und darauf brauche ich 14. Verdammt. Wir haben einfach nur Hunger. Hier sind wieder ein paar Karotten. Oh. Hier. Drum. Essen fassen. Eigentlich ist das ja schon ganz niedlich. So. Garten. Da kann ich mir Garten noch nicht leisten. Gut. War ja klar. Ich armer Schlucker. Ich armer Schlucker. Phosphor gibt zur Zeit 28. Ist uns etwas. Kann ich die Pogo-Früchte auch mal hier füttern. Hier. Gibt das denn auch andere Plots jetzt? Weil das hier diese Katz und die anderen Viecher sind? Sieht nicht so aus. Ey, lass das sein. Hört auf, aufeinander rumzuspringen. Oh. Ich habe zu viele drin gehabt. Schnell wegbringen. Ey, die Zeit vergeht. Mann. Vergeht in dem Spiel. Das glaubt ihr gar nicht. Auch Kleinvieh macht Mist, ne? Ich will ja nichts sagen. Aber Fleischfresser sind auf jeden Fall ziemlich aufwendig. Muss ich sagen. Jungs, ey. Was soll ich machen? Noch ein Hühnergehege? Sieht ja fast so aus, ey. Kann er denn noch das hier machen? Aber das kostet jetzt 500 wieder. Kann ich doch nicht machen. Kacke, ey. Lass mal wieder losgehen. Ich brauche ja auch eigentlich Fleisch für die großen Viecher. Ist ja richtig ätzend. Ich glaube, ich sollte mal alles an Hühnern einfangen, was ich jetzt finde. Und dann das Vieh da hinten beschießen. Oder was denkt ihr? So, waren hier unten Hühner? Ich glaube schon, ne? Ist auf jeden Fall ein Nest. Wo sind die Hühner? Hühner! Huhu! Oder auch nicht. Dann will ich auch ein bisschen weiter mal kommen. Damit ich nicht nur durch die selben Gebiete hier die ganze Zeit laufe. Gut. Dann geht's da vorne lang. Und da hinten sind die anderen. So. Und den sammle ich natürlich ein. Hühner. Wenn du einmal Hühner suchst, ne? Ach, es ist hier immer noch so ein schwarzer. Ey, will der mich hier verarschen? Hau jetzt ab! Zack, ist er feiert. Hühner! Da! Komm her! Und du! So. Ja komm, die wollen doch bestimmt nicht, dass ich hier tausend von den Vieh an dem bringe, oder? Schon wieder einer? Ja, fass es nicht. Noch ein Huhn. Da oben sind noch Hühner. Verbräuchte ich aber mal das Jackpad. Aua! Lass das sein! Nee! Nee! Hat der wieder das Hut weggesnackt? Ich fass es nicht, ja. Dieser Wichser. Wieso kriegt der direkt eine rein? Halt die Fresse jetzt. Ich hab keinen Bock mehr auf diesen Sound. Der gefällt mir nicht. Hühner! Meins! 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 Das ist ein anderes Huhn. Das will ich aber auch. Wo ist es? Da! Ein Stein! Huhn! Huhn! Da ist noch ein Huhn! Gerät einen Sack! Komm her! So! Na, weiter! Ist er hier? Hier ist er! Ja, das gefällt dir, ne? Fresser! Fass es nicht, ey! Wir gar nicht wissen, wie viele Hühner ich in den reinballern muss, ey! Scheiße, ey! Das wird auf jeden Fall anstrengend. Wie lange das da ausbild ich jetzt hier die anderen Hühner wiedergefunden habe, ey! Kann ich hier die ganze Zeit nur hin und herlaufen und Hühner sammeln? Ne, unten war nix, ne? Da kam ich nur dahin wieder. Okay. Kacke, 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 kacke! Hier, hier wurde alles ausradiert, ey! Von den schwarzen Viechern. Was war hier in der Höhle nochmal drin, oder war ich hier noch gar nicht? Achso. Ich komme hier hin, zu den Jungs. Und sonst war hier nix, ne? Ach genau, nur ne Tür. Die kann man ja benutzen, wenn... Er läuft ja auch noch hinterher, ich fass es nicht. Ja klar, natürlich. Die kann man... Baby, viel! Die kann man ja öffnen, wenn man den anderen mal ein bisschen genug gefüttert hat. Ich brauche ein paar Hühner. Hühner, 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 Hühner. Ach genau, hier war ja nix. Au! Ist ja ätzend, dann kann ich von zuhause noch ein paar Hühner holen. Aber vielleicht sind dann ja hier wieder irgendwelche gespawnt. Rennen. Hühner? 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 Keine Hühner. Wir haben noch einen Felszleim gefunden. Super. Ich finde es noch. Ey, was ist denn da los? Habe ich zu lang gebraucht? Ey, richtig ätzend. Ich kriege den Stein, Huhn und Meetsports. Ja, die Sachen kriege ich aber doch wohl schnell genug. Äh, du mach mal einen Abgang. 눈 tut mir fast leid achso 500 haben wir da können wir auch hier direkt hier jetzt hier den taxes und jetzt geht das hier richtig ab ihr kommt rein so acht hühner wieder was machen wir jetzt aber noch mein auge juckt heute wie viel man hier hin und her laufen muss das nicht so was brauchen wir karotten und pogo früchte war klar dass sie jetzt nicht zu finden und diese herz rüben herz rüben das was ich freigeschaltet habe wo auch immer das war da sind viele pogo früchte gefallen und das war da wollte ich einen richtig geilen jump machen und bin einfach nur straight runtergefallen pogo früchte so warte noch mal das ist das wo ich freigeschaltet habe hühner sind hier neue hühner gespourrt hast du eine möhre in dir dritten er sieht noch nicht mehr so aus als wäre fertig mit essen er ist ja ätzend hier noch ein paar karotten jetzt suchen wir mal eben das wo ich die tür geöffnet habe wo war das denn noch mal wo gehe ich denn der möchte früchte haben wie gehen denn diese kapseln auf ok das muss ich mir behalten dass der hier ist ich will jetzt erstmal das andere noch machen und dann kann ich den hier mal mit pogo früchten zu ballern okay das ist also hier unten muss ich nicht da oben hin ja ja genau hier durch ja ich erinnere mich da sind ganz viele hühner ach ja jungs lasst das sein ja hier und hier sind auch die hier sind erstmal pogo früchte und hier müssten auch die rügen sein genau die die der da gerade ist ach ja hat doch auch haben wir sogar noch was cooles gefunden das sind normale hühner ich brauche aber jetzt ist nur ein inventar voll wo sind warum wachsen jetzt hier nicht genug rüben und warum ey jetzt habe ich diese plots eingesammelt und nicht die rüben was hier hier sind wieder eine blumen ich brauche die rüben ne das sind er naaa ich kriege die kritze hier hat er die jetzt vor meinen augen gegessen fast nicht ja das ist nicht zu fassen oder jetzt weiß ich wo es die sachen gibt ey wie voll das hier ist von diesen viechern und die fressen ja alles weg könnt weinen hier nein herz rüben hier sind neue früchte herz rüben hier gibt es herz rüben und dann sind die nicht fertig ach ist doch zum kotzen ja jetzt kommt hier der aufräumer ey diesmal haltet ihr die nicht auf ihr seid hier viel zu viele klar dass sie zu schnell kommen ey aber dann frisst ihr mir ja alles weg ihr wichser genau frisst ihn auf nee lass mich mal nee lass mich mal lass mich in ruhe na gut das war jetzt nicht so erfolgreich mit den rüben aber im Endeffekt kriegen wir davon ja auch nicht so viele coole sachen dann kann ich hier lieber noch so ein paar steinhühner einsammeln hier oben rum gehen dann gehe ich doch lieber hier hin und gebe dem vieh die pogo früchte oder nicht Leute ja das geht auf jeden fall ein bisschen schneller als das fleischvieh ey komm ich hier nie wieder raus komm ich hier nie wieder raus hallo hier rechts nein ihr seid sogar gut drauf was guckst du hier so rum und hier lang oh so Freunde wir haben einen schönen Ausblick auf das Massaker ich bedanke mich für's zusehen und in der nächsten Folge werden wir mit sicherheit die beiden riesen Slimes ähm zu Ende gefüttert haben und dann neue Bereiche vordringen bis zum nächsten mal tschüss Leider ist dieses Video schon zu Ende doch hier sind noch ein paar andere Videos die dich interessieren könnten und falls du Lust hast kannst du mich natürlich auch abonnieren bis zum nächsten mal tschüss